Ja, dieser Raum ist eigentlich sehr funktionell und schlicht gestaltet auf den ersten Blick. Darum habe ich auch gar keine guten Geschichten zu diesem Raum, die nicht schon das ein oder andere Rätsel hier spoilern würden. Darum habe ich mir eben gerade nochmal, um irgendwas erzählen zu können, die ganzen Item-Reaktionen mit den Objekten hier im Raum durchgelesen und muss sagen, ich bin ein wenig erschüttert. Lauft. Lauft weg. Das ist alles nur Unsinn. Alles nur Unsinn. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Und das ist nur Unsinn. Wir spielen es trotzdem seit einigen Streams. Lässig nahm 00H-Way seinen geschüttelten Martini und öffnete mit seiner goldenen Cocktailcard Smart die verblüffte Autotür. Sie ist ja schon offen. Ähm. Lass uns das Auto mit Senf lackieren. Auja, auja, auja. Basteln wir uns einen Abschleppwagen. Och nö. Lass uns das Auto mit Ketchup lackieren. Auja, auja, auja. Basteln wir uns einen Ferrari. Auja. Spinnst du? Ich bin doch kein Snob. Ach. Ähm. Ja. Mit dem Magneten im Telefonhörer kann ich den Türknopf hochziehen. Hurra. Jetzt müssen wir nur noch den Plastiktürknopf telekinetisch durch einen eisernen austauschen. Was? Dass er schon offen ist. Mist. Das Honk-Mobil hat eigentlich Zentralverriegelung. Man müsste halt mal die Sicherung wechseln. Okay, das haben wir noch nicht gemacht. Wir haben noch nicht hier... Hier das hier mit Lackdose. Jetzt hat Käpt'n unbrauchbar rote Lippen. Was stimmte denn nicht mit seinem lila Lippenstift? Aha. Okay. Was haben wir noch nicht ausprobiert? Topflappen. Ja. Wenn dieser Lappen auf die Tür trifft, überträgt er mit etwas Glück seine extreme Labbrigkeit auf das Wagenblech. Ja. Und dann können wir die Tür einfach auffalten. Das wär schön. Nichts. Wir geben diesem Plan lieber noch etwas Zeit, damit er reifen kann. Wie gut. Türchen ist offen. Dann gehen wir erstmal hier entlang. Oh. Warum nehmen wir nicht diese Tür? Schönes Geräusch. Oh oh. Verschwinde, Edna. Wer war das? Ich nicht. Vielleicht können wir jetzt wieder rein. Sehr gut. In die Küche wollen wir rein, oder? Es klingt so, als ob da drin gegessen wird. Ich riskiere mal einen Blick. Aha. Da geh ich lieber nicht einfach so rein. Es wimmelt nur so von Wachen. Es ist voll. Treppe. Das muss ich hier wischen. Okay, jetzt sind die Räume frei hier. Wir sind beim Essen. Oh. Er ist nicht beim Essen. Hallo, Adoman. Hallo, Alu, alte Socke. Ah, hallo, Edna. Immer noch am Ausbrechen? Joa. Ich habe den Generalschlüssel. Wir können verschwinden. Nichts überstürzen, Kind. Weißt du denn überhaupt schon, wie du durch das Haupttor kommst? Noch nicht. Aber sehr bald. Ähm. Wir bauen uns ein Fesselballon aus Styropor und schweben davon. Das wäre ein Plan. Als hätten wir das noch nicht ausprobiert. Aber die Luft hier in den Bergen ist so dünn, dass das Styropor zu wenig Auftrieb bekommt. Was sind denn in den Bergen? Du musst dir schon etwas weniger naheliegendes einfallen lassen. Ähm, vielleicht... Wir nehmen reichlich Anlauf und springen über die Mauer. An einer niedrigen Stelle. Wenn der Wind günstig steht? Hallo? Warum sagst du denn nichts? Sagen wir mal so. Ich will dir davon nicht abraten. Wenn es nicht klappt, solltest du es vielleicht als Signal werten. Vielleicht gehörst du dann gar nicht auf die andere Seite der Mauer. Hm. Oder wir bitten Winschnu. Vishnu natürlich. Wir bitten Winschnu uns unsichtbar zu machen und schleichen uns vorbei. Das wäre ein prima Plan. Ähm, wenn Vishnu nicht so sauer auf mich wäre. Ich habe mir in der letzten Jupiterphase seinen MP3-Rekorder ausgeliehen. Und dann habe ich ihn beim Tofu entschuppen in der Dusche liegen lassen. Das Wasser hat Vishnus Lieblings-Dublo-Sammelbild vom Gehäuse abgelöst. Heike Stenkröck aus dem schwedischen Olympiateen im Damenvolleyball 88. Es tut mir leid, aber Vishnu wird den Teufel tun, uns unsichtbar zu machen. Okay. Die Idee kannst du getrost vergessen. Gut. Ähm, vielleicht... Wir eröffnen ein Restaurant und kochen uns in die Freiheit. Hm, keine schlechte Idee. Aber wo bekommen wir die Zutaten her? Tja, das ist ja eine gute Frage. Aber vielleicht... Wir besorgen uns ein Vehikel und prixen den Wächter am Tor aus. Die Idee ist so verrückt. Die muss einfach funktionieren. Sag mir Bescheid, wenn du ein passendes Fahrzeug gefunden hast. Hab ich. Hast du eine Idee, wie ich durch das Haupttor komme? Leider nein. Das Haupttor lässt dich nur über einen Knopf im Wachturm öffnen. Und mit dem Wachmann, der den Knopf bedient, ist nicht gut Kirschen essen. Es dürfte dir schwer fallen, ihn dort wegzulocken. Und dann ist da noch das Problem, dass wir hier sehr weit ab vom Schuss sind. Die Anstalt liegt auf einem Berg, weißt du. Und der einzige Weg fort von hier ist eine schmale Straße. Zu Fuß kämpfst du also nicht weit. Man hätte dich im Nullkommanichts wie eingefangen. Okay. Warum isst du nicht in der Kantine? Die haben schon lange keinen Fernseher mehr in der Kantine. Es gab da diesen Zwischenfall. Ein Raum voller Irrer, scharfes Besteck und die Evox. Glaub mir, das ist eine explosive Mischung. Okay. Ich komme dann später wieder. Mit dem haben wir also geredet. Hast du Hunger? Wie jetzt? Ich esse doch gerade. Aha. Sehr gut. Hier mal alles beschmieren. Das müssen wir auch noch erreichen. Das spitzig machen. So, haben wir hier schon unterschrieben. Und haben wir hier schon mit Dr. Marceus eine Schrift unterschrieben. Sehr gut. Ich habe gelernt, Unterschriften zu fälschen. Denkst du, dass dich all die Anstrengung letztlich befreien wird? Du solltest dich zunächst darauf konzentrieren, in deinem Innersten frei zu werden. Du meinst pupsen? Glaube ich nicht, aber gut. Nein, danke. Ich esse lieber im Stehen. Ah, okay. Das können wir nicht beschmieren. Aber die Pflanzen hier oben. Sehr gut. Und Ketchup. Sehr gut. Und, ähm, nein. Dr. Marceus unterschrift. Und des Barmanns unterschrift. Schöne rumkratzen. Schöne rumkratzen. Oh, sehr schön. Jetzt können wir hier rein. Aber nichts beschmieren. Schade. So, hier, eine Lampe. Ich will gar nicht wissen, wie der bei Licht aussieht. Okay. Hier im Aufschlussraum können wir also nichts beschmieren. Aber hier können wir jetzt... Nein, das soll heil und sauber bleiben. Okay. Und der Pinnwand. Dr. Marceus war hier. Und hier, drei Echser. Und Ketchup. Und ein bisschen Senf dazugeben. Yum. Und hier noch. Und Dr. Marceus. Steht es auf der Wählscheibe, wenn man es anrufen kann. Schön. Lieber nicht. Vielleicht... Fast nicht. Ja, komm. Lieber nicht. Vielleicht ist es die einzige Verbindung nach draußen. Aha. Okay. Vielleicht können wir jetzt... Nichts. Aha. Nichts. Aha. Okay. Aber hier. Und ein bisschen Ketchup. Ah, sehr schön. Und Senf. Sehr schön. Lampe. Ich will gar nicht wissen, wie der bei Licht aussieht. Schade. Okay. Aber hier. Da war auch noch nicht draufgekratzt. Hier. Mit dem Stift. Sehr gut. Sehr gut. Haben wir hier jetzt voll geschmiert. Alles muss voll geschmiert werden. So weiter hier. So weiter hier. So weiter hier. Spinnierfink, Edna. Kurz mal speichern. Ich bin noch ein bisschen geschädigt von der... von den Streams, wo das jetzt ziemlich gehackt hat. Wo wir dauernd abgebrochen wurden. Das war ein traumatisches Erlebnis. So muss ich jetzt hier mal zwischenspeichern. Damit ja nichts verloren geht. So, hier ein bisschen Ketchup. Sehr gut. Das Plakat hier, das können wir noch. Na komm. Sehr gut. Heute wird hier rumgekratzelt. Bevor wir hier raus... Bevor wir hier ausbrechen. Das müssen wir erstmal noch alles dreckig machen. Wie es sich gehört. So. Ah. Wäschelüft. Den können wir bestimmt jetzt nicht nützen. Aha. Der Wäschelift-Bereich ist stets sauber zu halten. Aha. Der Wäschelift-Bereich ist stets sauber zu halten. Aha. Der Wäschelift-Bereich ist stets sauber zu halten. Aha. Schade. Der Wäschelift ist inaktiv. Das ist wirklich schade. Besaut es Fußlaufen. Wir haben ja jetzt mit dem Generalschlüssel überall Zugang. Sehr schön. Die sind auch beim Essen. So. Ich gebe etwas davon in diesen Pudding hier. Lecker. Ich gebe etwas davon in diesen Pudding hier. Der Pudding schmeckt jetzt bestimmt viel besser. Somit... Ketchup und Senf. Auf dem Pudding unterschrieben. Sehr gut. Obwohl man nichts sieht. So. Wo können wir noch unterschreiben? Wozu schreiben, wenn man auch Leuchtbotschaften morsen kann? Es lebe der Fortschritt. Richtig. Ähm... Ja, okay. Hier. Wohl erstmal nichts. Dann hier vielleicht. Hier können wir bestimmt noch einiges begritzen. Oh. Die Wachsstifte. Nehme ich mit. Nein. Der Kugelschreiber ist um Klassen besser. Ah, schade. Das könnten wir. Na komm. Regal. Unterschrift mit Regal. Sehr gut. Konzentriert. Bekürzlich jetzt hier alles, was geht. Schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön.